Nach dem gescheiterten Mautgipfel war die Enttäuschung auf Seiten der Mautkritiker groß. Die Gegenseite hatte dafür jedoch relativ wenig Verständnis. Also die Situation in Österreich ist ganz klar. Es gibt die Vignettenpflicht. Es gab viele Jahre, wo die Konsole ausgesetzt war, aus unterschiedlichsten Gründen historisch. Aber seit diesem Sommer ist wirklich mehr als bekannt, dass die Vignettenpflicht am 1. Dezember kontrolliert werden soll. Deswegen war ich ein wenig überrascht, dass es jetzt eine große Überraschung ist, dass es ernst gemeint ist. Also wir meinen es seit Sommer, wo wir es erklärt haben, ernst, dass es keine unfaire Ausnahme gibt. Und ich finde es sehr schade, dass die Maßnahmen, die eigentlich Experten vorgeschlagen haben, so Bausch und Bogen vom Tisch gewischt wurden. Sie hätten es verdient, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden, probiert werden und dass man sieht, was tatsächlich passiert und wie es weitergeht. Einfach zu sagen, das wollen wir alles nicht, das ist alles nicht gut, das kommt von der Asfinaik oder vom Bundesseite und das ist nicht gut, ist glaube ich nicht der Ansatz, den diese Maßnahmen verdient haben. Der Widerstand gegen die Wiedereinführung der Mautkontrollen ist gewaltig. Am Sonntag kommt es nun sogar zu einer Demo der Mautgegner auf der Autobahn. Ja, der Widerstand ist deutlich und ich bedauere es für unsere Kunden, die das Autobahnnetz benutzen wollen, dass sie nicht das Autobahnnetz in diesem Abschnitt benutzen können. Andererseits gibt es das Recht der Verhandlungsfreiheit und das ist höherrangig als das Recht der Benutzung einer Autobahn. Das nehmen wir zur Kenntnis, die Behörde hat es genehmigt. Es kann aber auch nicht so sein, dass nur wenn eine Autobahn blockiert wird, dann die Vignettenpflicht ausgesetzt wird. Sonst würden, glaube ich, viele Gemeinden und viele Städte die Autobahnen blockieren und dann machen wir Vignetten frei. Also von daher gehe ich davon aus, dass diese Blockade zwar bedauerlich für die Kunden ist, aber die Situation nicht wesentlich verändern wird. Verkehrsministerium wie ASFINAG loben den Maßnahmenkatalog zur Entlastung der Anreiner Gemeinden. Dieses Maßnahmenpaket, das von Verkehrsexperten erarbeitet worden ist, das zeigt, wenn alle die Maßnahmen umsetzen, die in diesem Paket drinnen sind. Und wir haben ASFINAG und BMFIT, wir haben unsere Maßnahmen umgesetzt und sind auch ein bisschen enttäuscht, dass nicht von der regionalen Seite auch die Maßnahmen, die das Paket enthält, auch von deren Seite umgesetzt worden sind. Und wir sind überzeugt, wenn man dieses Paket umsetzt, dass es hier zu keinen negativen Auswirkungen kommen würde. Wir waren immer gesprächsbreit, wir haben immer Maßnahmen auf den Tisch gelegt und haben auch Maßnahmen vorgeschlagen, die man umsetzen kann. Wenn diese aber nicht gewürdigt werden, nicht anerkannt werden, nur pauschal vom Tisch gewischt werden, dann ist das bedauerlich. Aber wir geben nicht auf, wir machen ganz normal weiter, wir werden es wieder vorschlagen und werden schauen, vielleicht in der nächsten Runde das doch erklären zu können, warum diese Maßnahmen doch ein guter Schritt nach vorne wären.